Möchten Sie mit der Wahl Ihrer Büroimmobilie etwas Gutes tun? Nicht nur für sich und Ihre Mitarbeiter, sondern auch für zukünftige Generationen? Dann interessieren Sie sicher die Vorteile einer Cradle-to-Cradle-inspirierten Immobilie. Die Grundprinzipien aus der Natur bilden den Ausgangspunkt der C2C-Philosophie. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Ein Regentropfen ist mehr als ein Tropfen Wasser, der vom Himmel fällt. Er sickert ins Grundwasser, fließt mit den Flüssen ins Meer, verdunstet und nimmt am Ende wieder seinen Platz in einer Wolke ein. In der Natur sind alle Elemente in Kreisläufe eingebunden. Aus dem Abfall eines Systems wird Nahrung für ein Neues. Delta Development greift mit C2C den Ansatz nachhaltiger Kreisläufe auf und macht diesen auch für die Bau- und Immobilienwirtschaft nutzbar. Bei C2C-inspirierten Gebäuden kommen überwiegend gesunde, schadstofffreie Produkte zum Einsatz, die sich zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwerten lassen und so in einem ewigen Kreislauf gehalten werden können. Weitere Grundprinzipien von C2C sind die Anwendung erneuerbarer Energien und eine intelligente Wassernutzung. Hier steht der sorgfältige Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen im Fokus. C2C-inspirierte Immobilien zeichnen sich durch eine zukunftsweisende Architektur aus. Die Raumkonzepte sind nach den Bedürfnissen des Immobiliennutzers flexibel gestaltbar. Das Zusammenspiel aus umweltfreundlichen Materialien und vielen Grünflächen steigert das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Das offene Raumkonzept verbessert die zwischenmenschliche Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt im Team. Dieses ideale Arbeitsumfeld bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein angenehmes Raumklima und eine exzellente Luftqualität. Das inspirierende Arbeitsumfeld lässt innovative Ideen sprudeln und die Produktivität steigen. Zudem rechnet sich C2C für Ihr Unternehmen nachweisbar. Beweisen Sie Pioniergeist mit einer C2C-inspirierten Immobilie. Übernehmen Sie Verantwortung für die Umwelt und erreichen gleichzeitig mehr Wirtschaftlichkeit. Und schaffen so Ihr Image. Als visionärer Arbeitgeber. Mit Delta Development haben Sie einen kompetenten Partner für die Planung und Realisierung C2C-inspirierter Gebäude an Ihrer Seite. Die Vorteile liegen auf der Hand. Informieren Sie sich noch heute. This is how the future works. This is how the future works.